ja warum frisst er denen jetzt nicht so ein hat nicht getötet sarko ja ja ich dachte auch handtasche sechs stunden später aber schon mal fast 50 leder jetzt haben wir 50 ich sag doch gerade 52 leder darum ging es mir ja auch leer weil ich will ja jetzt ein triceratops zähmen und dementsprechend brauche ich leder haben wir schon den triceratops sattel können wir herstellen dann brauchen wir jetzt bären so bei dir mein freund verhalten keine bewusstlosen deaktivieren folgen deaktivieren genau keine bewusstlosen ziele erfassen genau sollt keine bewusstlosen ziele erfassen und ansonsten bleibst du jetzt erst einmal neutral das heißt nur das was dich angreift gleich zu an so jetzt brauchen wir narko bären und wie heißen sie kommen nicht auf den namen gerade bei den anderen bären da acht stunden später ja so in etwa die türkisen lilanen damit man pflanzen fressen schnell themen kann major bären die meinte ich davon brauchen wir jetzt einige für den level 60er stego denkst du sag ich schon triceratops denke ich mal brauchen wir ein paar das sind petri die sind gott sei dank friedlich wenn man vor so ein petri würde ich zwischendurch noch angreifen das wäre mies jetzt machen wir aber erst mal eins haben wir noch genug leder wir haben 50 leder noch fast wir können uns nur hose herstellen wir können uns ein oberteil herstellen fehlen dann nur noch die arme aber die haben wir noch nicht gelernt so fast in leder gekleidet 200 ausdauer will ich erst haben und dann gehe ich auf nahkampf so wo haben wir es lederhandschuhe und jetzt gucken wir was ist unten neu dazu gekommen genau das wasserglas theoretisch auch nicht schlecht aber kristall kristall haben wir noch nicht gefunden also können wir noch warten so dann holen wir uns jetzt gleich den 60er stego triceratops wie komme ich jetzt auf stego die ganze zeit verdammt mich aber sagst du dazu dass die pflanzen und alles länger halten kitty was natürlich dadurch auch mehr loot gibt und mit dem tier baust du halt schneller ab deswegen triceratops ich denke mal sobald wir vögel haben werden wir uns sicherlich auf der karte irgendwann mal treffen so wo ist er da ist die schildkröte hallo triceratops wo bist du da hinten ist er nein von da aus kann der ausgerechnet hier hochlaufen verdammt mich das mal gucken ob wir den eventuell dazu kriegen dass er unten bleibt jeder läuft der läuft eiskalt hier hoch der läuft eiskalt hier hoch gut dann sammeln wir noch ein paar fasern und alles und warten bis der unten etwas unglücklicher steht damit wir ihnen dann vielleicht mit unseren 22 narko feilen doch narkotisiert kriegen weil einzige was wir schaffen könnten wenn er in seinem sprint modus ist und wir es dann schaffen ihn auszuweichen dass er dann hier runter fällt und wen dann so kriegen aber ich glaube nicht deswegen gucken dass wir jetzt hier noch ein bisschen was sammeln jetzt aber auch nicht zu viel sammeln weil das können wir dann gleich lieber mit ihm machen oh viel zu kurz ich will ihn erstmal nur aufmerksam machen wir kommen dran bleib doch stehen jetzt ist er zu weit weg geht zur not müssen wir gleich fangen spielen du bleibst mal bitte bleib mal da stehen so wir gehen jetzt direkt auf narko eros wir checken noch mal gegen das hat hier auch wirklich der 60er ist na bist du 60 level 60 mänchen aua sechs stunden später gelandet mit sowas habe ich schon gerechnet ja jetzt muss man gucken kommen wir dann näher ran ja da da könnten wir dann in der nähe sein weil wir wollen ja in der nähe unseres todes sein damit wir unsere sachen wieder finden denn wir haben ja festgestellt dass zeigt mir die karte wir müssen so in diese richtung so anlaufen und nein oh nein oh nein oh nein ich hoffe nicht doch es ist die ecke sage mir bitte dass der raptor hier nicht mehr rum gammelt er gammelt noch da oben rum verdammt sind sogar zwei müssen wir hier lang gehen parasaurus level 23 hatte ich entdeckt ja okay ich weiß wo ich bin ich bin da wo mr test den anfang hatte seine base hat und ja ich weiß was mich erwartet wenn ich da lang komme deswegen versuche ich gerade drum rum zu kommen hallo petri ich bin drum rum sehr schön weil so ganz ohne alles wäre das tödlich sei bitte kein baryonyx was bist du so brav naja so kannst du aufhören mich zu versuchen darunter zu schubsen wäre sehr nett da hinten muss meine ja so und grob die richtung da müssen darunter ein tag para gottchen es gibt tag saurier hier hallo ja so irgendwo da hinten müsste unsere leiche liegen wie cool wärmer wär das weil der 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 dino der uns ja begleitet ähm der kann einen ja auch betäuben so und wie cool wäre das wenn wir dem sagen könnten ey nur betäuben du sollst nur ein tier betäuben nicht angreifen anderweitig das wäre doch echt cool so Inventar öffnen alles nehmen Inventar schließen genau damit habe ich gerechnet die geht auch noch kaputt ne doch nicht mehr okay so naja das ist hier einfach ähm zu offen das Gelände wir können uns hier nirgends hoch retten und das ist das Problem was wir gerade haben und ich habe jetzt auch nur noch 17 ähm und das blöde ist halt wir können ihn nicht bohlen siehste nein hoch wo ist er kommt der hier hoch ich hoffe nicht wir versuchen es no risk no fun yes ich kann fliegen so der fünf bann bei mir was wieso fünf bann hast du jetzt fünf Leute gebannt oder was meinst du kitty so what sind wir jetzt hier in der nähe zeigt mir die karte nein ja mehr oder weniger wir können nein wir können nicht da unten ist immer noch die base wir müssen hier hoch da der der parasaurus hat uns entdeckt müssen wir wieder hier oben rum also Leute wenn ihr hier mit auf den Spielstand kommt und ihr kriegt die Nachricht dass euch ein parasaurus entdeckt habt und ihr seid hier in der Ecke macht einen Bogen um den Strand nur eine Empfehlung ist das Wasser tief genug da drüben ja no risk no fun wow hat aber so gerade gefasst kitty was meinst du damit was du gerade geschrieben hast komm schnell 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 vielleicht ist er gleich betäubt yay direkt meine Majorbeere gegriffen beim Vorbeirennen hier weil er blutet schon deswegen hoffe ich dass wir ihn jetzt gleich haben so mit ein zwei Pfeilen ja fall um schlaf einfach Mensch Moment jetzt habe ich die falsch rum okay what der hat mich direkt zweimal gehittet verdammt ich hatte aber auch vergessen die Rüstung anzuziehen und wahrscheinlich wieder in der Ecke ja okay da ist die Hütte da ist das das heißt ich gehe jetzt ganz schnell hier lang da gehe ich lieber den gefährlichen Weg durchs Wasser ich weiß was auf der anderen Seite der Hütte steht verdammt wie lange hallo Fisch braver Fisch kein Piranha Fisch das ist ein Stein ich dachte gerade dass das da ein Fisch wäre ein großer Böser so jetzt kommen wir hin und der Dino liegt wäre so schön aber leider nein ich habe alles genommen wäre schön wenn wir dir sagen könnten hier betäubt mal so als erstes jetzt mal hier ein bisschen Müll entfernen ja es sind ein paar Tinto-Beeren ich weiß du kannst damit nichts anfangen aber ist mir auch egal kann alles raus dann haben wir hier nein 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 Moment das will ich ja anziehen so das da drüben das da drüben das drüben Samen ja ja Beeren den Sattel behalten war das Lagerfeuer und Co kann auch mal drüben den können wir nicht okay dann weg damit das ist unnötiges Gewicht die Steine so egal 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 das kann weg kann weg kann weg so das kann alles weg hier dann kann wer noch rüber das noch rüber und hier drei Schlüsse auch noch und dann kriegst du auch noch mal eine Runde Gewicht weil du mir ja sonst zusammendriggst so dann jetzt einmal Rüstung anziehen so ups die Majorbeeren haben wir noch die wollte ich aber auch erstmal in den Dino tun da bleiben die länger frisch so dann passt das wenn ich jetzt sehen könnte wie du aussiehst da aber das sehe ich ja da leider nicht ich sag ja das ist so fies ich muss echt versuchen den hier von dem von dem einen Stein hier war vorhin cool bis er rumkam bis er dann hier den Weg rumgefunden hatte und hier hochgerannt ist nein nicht runterfallen sobald er hier versucht raufzukommen müssen wir losrennen ich weiß zwar noch nicht wohin aber irgendwie so da in die Richtung ah der geht daneben ja der hat gesessen wir haben keine mehr ähm ähm wo ist er da wo ist er ich höre ihn stampfen ich höre ihn stampfen nein mach doch jetzt nicht sowas er rennt endlich weg er ist gleich betäubt ich kann nicht schießen ich kann nicht schießen los los ja da könnte er in der Falle sitzen na los kippt um schlaf doch endlich so inventar öffnen sauerstoff nimmt ab jetzt müssen wir uns beeilen sonst ist er tot und war alles umsonst äh alle folgen komm her jetzt kommt der nicht ist er zu voll ja ist er äh gib mir los gib mir die die Bären und rein vorsichtshalber die und die und die los ich muss los ab so äh da 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 komm friss friss und sei geprägt betamed mein ich nein das dauert zu lange das überlebt er nicht das überlebt er nicht der sauerstoff sinkt verdammt friss ganz schneller mensch ey das wird verdammt eng vor allem er hat 11.000 ähm Narko wir haben gut reingebuttert 13 10 8 4 wir sind erst bei 30% scheiße mann und die gesundheit singt jo komm mal das rausnehmen weil er ist tot so wer war der sagt äh dinos im wasser sterben nicht what nein habe ich jetzt versehentlich die schildkröte angehauen noch weiß weißt du was hier ach okay er greift sie auch mit an sehr gut neun komm wie viel pech möchten sie haben ja sehr schön jetzt erstmal ihn hier abbauen und dann holen wir uns äh die andere auch noch ja jetzt geht alles nach und nach kaputt oder was ist hier los schau mal unseren Vilo auch noch so leder keratin sehr schön leute in 17 minuten ist es soweit dann haben wir schon das neue jahr dann habe ich meinen ersten vorsatz fürs neue jahr schon geschafft ins neue jahr rein streamen so dann als erstes mal das fleisch rüber dann die bären rüber die esse ich man man gut dann nehmen wir halt einen kleinen triceratops jetzt mit wir müssen uns aber erst mal steine organisieren aber ja steine organisieren stehen mitten in riesigen felsen drin aber wir müssen uns erst mal steine organisieren man 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 ach Leute aber siehst du Kitty auch bei mir läuft nicht alles sauber da geht auch manchmal das ein oder andere schief gehört halt zum game dazu ich bin nur froh dass wir genug Fleisch mit haben dass wir uns selber hochheilen können wir also gebratenes Fleisch tt bist du noch da so wie viel steine haben wir 35 wir brauchen mehr trimm 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 neues level verfüllt war sehr schön und wir machen weiter und weiter und weiter der stein weg ist wäre nett wenn ihr so in circa zehn minuten mir noch mal bescheid sagt dass der jahreswechsel kurz bevor steht weil ich wollte mir dann gleich draußen kurz feuerwerk angucken gehen bevor ich dann hier weiter streame feuerwerk wird die nachbarn machen mit anderen worten dann gibt es gleich eine kurze pause ohne der stream unterbrochen wird um eben das neue jahr zu begrüßen so frei nach der devise hallo ja schön dass du da bist ganz wieder gehen da lacht sogar der para ach ja also 100 steine werden schon mal nicht verkehrt denke ich wir können gleich mal gucken ob wir eventuell sogar genügend leder dabei haben und was wir sonst noch so brauchen um parasattel zu machen können wir den vielleicht auch noch direkt mit klingt doch schon mal nach dem plan draußen geht schon feuerwerk ab ohne ende aber wir haben noch keine 12 uhr wir haben ihn endlich weg den stein so wird ein level nur krass hier ausdauer level 27 steinwände jahren kommen alle später da haben wir aktuell noch nichts so gucken wir mal ja kann man machen sehr schön schildkröte haben wir nicht gelernt müssten wir jetzt lernen um die eventuell zu machen okay ich bin überladen den tag könnten wir uns holen mal gucken welches level der ist ich weiß warum wir so schwer sind wir haben immerhin 140 steine dabei mann bei mir ballern die schon ja bei mir auch level 48 du bist meiner so weil du wirst ja genauso gezähmt wie jeder andere auch gott sei dank muss ich dir nicht irgendwelche tech sachen geben das wäre nämlich dann schwierig losgeschlafen meine zwei sind weg nein ich habe ihn gekillt verdammt ich naja element staub öl electronics altmetall haben wir da zumindestens dabei so bist du da bist du komm mal mein freund ja ist noch mal eine major wäre dann sind wir schon mal bei fünf noch mal zwei narko bären parasattel den behalte ich mal sonst kannst du dich nicht bewegen dann 1,4 kilo die wiegen nix das sind sechs kilo kriegst du die noch glaubt er steht gleich findet er auch lustig okay auf zum nächsten dino kommst du ne er kommt nicht mehr nach herrlich noch neun minuten okay nehmen wir dir mal das lagerfeuer raus haben wir noch was was schwer ist ja und das altmetall so jetzt hast du zehn kilo weniger dann komm naja dann bringen wir ihn jetzt erstmal zum floß stellen drauf genug zu futtern hat er ja ich glaube für den schildkrötenpann für die schildkröte braucht man ja auch dings ne zement für den sattel von der schildkröte oder 10 cement seht ihr und die haben wir nicht mit die kennen keine uhr nein die müssen alle um mitternacht im bett sein das ist das kitty oder die die leben in einer anderen zeitzone und sind zu spät dran aber ich freue mich schon auf die ersten flugsaurier na bleibst du an mir dran mein freund das ist schön man kann man da ein petri ein petri ja ein petri aber dahinter den para gemeint sich gerade ja was kannst du level 4 nehmen wir mit zack komm fall um hier schlafen müde gute nacht willst du das nicht umbringen geht doch so ja er kackt erstmal vor freude dann gibt mir mal hier die fünf major bären und die anderen bären auch noch sollte reichen inventar öffnen fünf major bären die anderen schmeißen wir auch noch dazu und einmal noch frisst er noch jawoll damals sehr schön von level 4 auf level 5 egal aber wir haben einen wir können jetzt hier zum einen wieder reiten und zum anderen ist das schöne der hat 400 kilo an zuladung so was das heißt wir kriegen ihn hier mal leer geräumt so abgesehen vom fleisch oh wir haben auch wieder ein speer abgesehen vom fleisch bleibt dann nämlich nicht wirklich zwei nacko feile muss der sacco oder so vorhin drin gehabt haben habe ich nämlich gar nicht mitbekommen aber ja alles rinder in mich also hier die diese notiz da müssen wir mal gucken was das bringt nein der fleisch bleibt doch die 23 kilo da behalten so so dann geht rüber dass das brauche ich nicht ja die kann man hier bleiben obwohl die kümmer auch über tun das kann rüber alles über hier alles geht rüber aber warum sollte ich die herstellen vor allem ich glaube den bauplan habe ich doch hier ja da weiß ich nicht wofür man den braucht den hat man von anfang an weg damit so so 56 ist schon mal nicht schlecht guckt euch das an hier zack 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 mal eben durchgegangen paar bären gepflückt herrlich da hinten ist unser floß jetzt gucken wir mal hier was bist du für ein level level 15 weiblich und was ist das da drüben weiter jetzt hänge ich hier zwischen zwei bäumen fest oder was ist los das d d d d sehr schön d d d d So, was sagst du für ein Level hier? Ich glaube ja nicht, dass wir Glück haben und zweimal so ein High-Level, also für uns aktuell High-Level Triceratops finden mit Level 60, ja Level 4. Ja, da brauchen wir nicht drüber reden, den entsorgen wir gleich. So. Also, du kriegst erst mal Leben dazu, dann Verhalten Neutral. Du bist ja auch auf neutral, ne? Jawohl. So. Äh, da ist der. Komm mit. Wir stellen uns nochmal kurz hier drüben hin, damit wir eben vernünftig in das neue Jahr hinein starten können. So, hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen, dort noch ein bisschen. Pepp, ich steige hier ab. Äh, Moment. Kann ich dem sagen, alle folgen? Ja. Genau, du folgst dem. Und, äh, ja. Ja, ich lasse ihn mal so stehen. Du folgst mir, er folgt dir, das ist gut. Dann hocke ich mich hier kurz hin, habe ich genug gegessen und so, ja. Leute, es ist zwei Minuten vor zwölf, beziehungsweise, ihr hört's, eine Minute vor. Also, schnappt euch was zu trinken, damit wir gleich ins neue Jahr anstoßen können. Und dann werde ich draußen mir das Feuerwerk der Nachbarn angucken gehen, die jetzt schon gerade loslegen. Aber, ja, it is wie it is, ne? Ich hoffe, ihr habt eure Wünsche für das kommende Jahr gut gewählt. Mögen sie alle in Erfüllung gehen. Und, äh, ja. Mehr bleibt mir einfach nicht zu sagen, als ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr. Leider habe ich hier gerade keinen Counter. den ich runterzählen kann. Aber, jetzt haben wir 0 Uhr.